Hallo ihr Lieben, ich bin hier mit der Tech-Event und zusammen sind wir mit Mikaela Schäfer und noch ganz ganz vielen anderen Mädels hier vom Brandenburger Tor, wie ihr ihr seht könnt. Und zwar, wir haben ja auch so tolle Outfits an. Da steht ja die EM bald vor der Tür und dafür haben wir halt das besondere Shooting, wo wir dann halt auch mal die Kinnis beiseite ziehen und ja einfach wunderschöne Fotos zusammen machen und natürlich drücken wir den Jungs die Daumen, dass sie gewinnen. Definitiv, davon gehen wir aus. Na Taiwan darauf liegen ja nach Dab Wasser nur 3 bis RAM bis webbienen oder so them mals sich in karten 탈 tivernisse Rate ins zusammen. Aber wir sind gleich bei Schmutz weiselt für BDEM. Das sind die Stelle, die eğlenigbar BDEM und sich damit abmoo- so schnell auf den bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.